Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft, liebe Leute, liebe Leute von heute. Wie sieht das aus? Ah, unser Harry ist erstmal jetzt auf Soft-Tour, glaube ich. Der ist im Moment nicht da. Ah, hier ist er. Bist du von der Soft-Tour zurück? Aha, okay, sehr gut. Ah, ihr habt das gehört. Aha. Hey, da ist der andere Harry. Wer ist das? Wer bist denn du jetzt? Ah, du bist ein Soft-Kumpane. Okay. Er ist ein Soft-Kumpane. Gut, was habe ich letztes Mal gemacht? Also hier habe ich die Zäune gemacht und hier habe ich das komische Ding da gemacht. So, ich habe nämlich eine neue Idee, Leute. Ich werde den Plan komplett umwerfen und folgendes tun. Und zwar kommt hier schon die Riesenbrücke nach ganz drüben hin und diese führt dann neben meinem Horstiedorf vorbei, also durch mein Horstiedorf, das ich hier aufbaue. Ja, nicht hier drüben mache ich die Brücke, wie am Anfang erwähnt, sondern eher hier rüber. Das ist jetzt mein neuer Plan und den Plan verfolge ich bis zum Begehen und Brechen. Aber es wird schon wieder dunkel, das heißt, ich werde jetzt einmal ein kleines Schläfchen machen. Ähm, okay. So, werde ich auch machen. Ich hoffe... Äh? Wer hat... Was war da jetzt, liebe Leute? Habt ihr das gehört? Egal. So, ich werde euch ein Schläfchen machen. Wehe, Harry, du störst. So. Und in der Früh geht's. Los. Los, 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 los. Ah, ihr seid das. Ah, da schaue ich gleich mal zum Händler, wenn der Händler schon da ist. Was der so schönes anbietet, der lieber Händler. Ja. Ein Blaueis. Könnte ich eigentlich gut gebrauchen, wenn ich jetzt wirklich meine ganzen Sachen baue. Aber jetzt im Moment sowieso nicht. Herr Katz, Entsetzling, Schleimball, Blasenkorallenblock. Ja, wäre auch interessant. Aber so interessant, das heißt doch nicht. Ich würde dich jetzt gerne, ja, umarmen. Oder umhauen. Ähm, ja. Gut. Liebe Leute, wir machen weiter. Und zwar werde ich jetzt folgendes tun. Ich werde mir jetzt ein bisschen was ausrechnen. Und zwar, was wird das sein? Ähm. Werde ich hier mal einen Graben machen? Äh. Ich brauche was zum Essen? Nein, im Moment nicht. Äh. Einmal schaufeln. Ich muss mir mal schaufeln craften, weil ich habe drinnen meine ganzen Sachen. Meine Stöcke. Meine Stöcke. Äh. Äh. Ja, Stein habe ich hier. Werde ich mal Steinschaufeln machen. Äh. So. Zwei werden reichen. So. Eine werden wir hier hingeben. Ja, passt. Gut. Jetzt haben wir mal die Staufel. Die Staufel. Hört mich an, lieber Leute. Die Schaufel gemacht. Und. Wir gehen's an. Mit der Ausgrabung. Ja. Sensationell. Wie weit soll das gehen? Eh nur bis hier hin. Ähm. Ja, hier komme ich nicht mehr raus. Hh. Ne. So. Das passt eigentlich. Gut. Hier Detto. Dasselbe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann werde ich das eigentlich jetzt abbauen. Dann werde ich das jetzt mal abbauen. Das kann ich aber hier... auch weg tun. Dann werde ich das alles kleiner machen, damit das schön zusammenpasst. So. Ähm. Ja, also ich habe da schon einen Plan. Einen guten Plan mittlerweile. Die letzten Folgen haben mir davon gehandelt, dass ich eigentlich wirklich planlos irgendwas gemacht habe, was mir halt gefallen hat. Jetzt habe ich einen festen Plan. Und dieser Plan lautet einmal Brücke und Horstivillage weitermachen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich finde das richtig cool. Äh. So. So, das ist okay so. Gut. Hier kommt dann die Farm hin. Ich brauche noch einiges an Erde. Erde. Ich habe ja... Habe ich letztens schon geschaut, ob ich hier eine Erde, die ich hier drin habe? Ja, habe ich eh schon geschaut. Habe ich keine Erde drin. Erde abbauen. Da schneidet sich wieder die Eier weg. Hm. Lieber Harry. Okay. Ähm. Gut. Die Brücke. Werde ich nicht aus diesem Stein machen. Ja, Leute. Ich möchte alles wieder abbauen, was ich letzte Folge hier gemacht habe. Denn da möchte ich einen anderen Stein hin haben. Für eine schöne Brücke. Ich probiere nämlich mal was. Und ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie ich es haben möchte. Weil sonst muss ich nämlich umdisponieren. Umdisponieren. So. Das kann ich auch wegtun. Diesen Zaun hier. Den brauche ich im Moment auch nicht. So. Der nervt mich. Dari. Gut. Ähm. Diorit. Ich bin nochmal gespannt. Ich möchte kurz was probieren. Ob ich Diorit eigentlich... Ah. Ob ich Diorit eigentlich brennen kann. Nein. Da kommt nichts raus. Gut. Ich werde auf jeden Fall mal Bruchsteine machen. Und schauen nochmal, nachdem ich einen rausgebrannt habe. Was das jetzt da für ein Stein ist. Ein normaler Stein. Okay. Dieser normale Stein schaut jetzt wie aus. Ein bisschen herumtesten. Nein. Für eine Brücke, Leute. Für eine Brücke. Nein. Eher nicht. Für eine Brücke eher nicht. Würde ich mal sagen. Hier wird eine Brücke anfangen. Aber. Was habe ich hier? Erde. Ich werde folgendes tun. Ich werde hier folgendes tun. Ähm. Ähm. Ich muss mal kurz überlegen. Ähm. Ja. Kann ich ja immer noch weg tun, wenn das nicht funktioniert. Ja. Welches Material nehme ich dafür, für diese Brücke? Ähm. Granit wäre, habe ich Granit? Granit wäre zum Beispiel schon mal sicher nicht so schlecht. Eine Granitbrücke, liebe Leute. Was sagt ihr zu einer Granitbrücke? Eine Granitbrücke. Oder eher eine Holzbrücke. Oder eher eine Holzbrücke. Eine alte Holzbrücke. Ich werde einfach eine Holzbrücke machen, liebe Leute. Ja. Einfach eine schöne, alte Holzbrücke. Weil wir sind ja in keiner Stadt. Heißt ja nicht Horst the City, sondern Horst the Village. Eigentlich ein Dorf. Und somit wäre Holz einmal nicht schlecht. Eichenstamm, Eichenstamm. 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 Ich probiere mal was. Ich weiß, ich bin ein Noob und ich check das alles noch nicht ganz. Äh. Aus... Was wird aus diesen Eichenstamm? Wenn ich es brenne. Was wird aus diesen Eichenstamm? Äh. Das wird Holzkohle. Ja. Okay. Es wird Holzkohle. Also ich weiß es. Also immer wieder selber testen. Selber hier umprobieren. Was, was. Also was, 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 was. Was, was, was wird. So. Okay. Das ist cool. Somit ab zum Tisch. Eichenholzbretter. Natürlich. Das finde ich einfach, ähm... Sensationell. Äh. Brauche ich ja nicht viele. So. So. Okay. Das ist okay. So. Dann werde ich jetzt mal anfangen mit der Brücke, lieber Leute. Gut. Die Erde kann ich mir aber da lassen. Schaufel. Ich brauche doch nicht zwei Schaufeln in meinem Zugriffsbereich. Na sicher nicht. Äh. Äh. So. So. Und zwar werde ich jetzt hier einmal die Brücke machen. Ja. Das wird toll, Leute. Das wird wirklich toll. Und ich habe was vor. Äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Stück. Brauche ich sechs Stück, sechs Stück, sechs Stück. Ah. Kann mir da keine... Nein. Die kann man hier nicht schneiden. Okay. Dann muss ich das so machen. So. Ah. Es wird schon wieder dunkel. Schlafen, liebe Leute. Schlafen. Die Brücke. So. Natürlich. Äh. Kein Monster hier. Jawohl. Ich habe schon lange keinen Besuch mehr vom Monster bekommen. Äh. Habe ich... Habe ich eh... Nochmal. Ja. Ich denke mir gerade... Ich habe schon lange keine Monster mehr gesehen, liebe Leute. Gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs Stück. Und hier... Eins. Ja, genau. Das wird wirklich super, die Brücke. Da habe ich hier Mist gebaut. Ja, da habe ich natürlich ein Mist gebaut. Wenn man Mist baut, muss man umso mehr schuften, dass es wieder wird. Denn hier kommt normalerweise hier das da drauf wieder. Ja, genau. So, da muss ich weiteres machen. So, weitere Stufen. Zwölf. Stufen. Zack, 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 zack. Und dann hier geht es dann los mit der Brücke. So, Erde. Hier brauchen wir mal Erde. Erde. Erde ist natürlich nie verkehrt, wenn man hat. Ja, da muss ich natürlich wieder Erde sammeln. Das werde ich jetzt tun, aber nicht in der Aufnahme, sondern jetzt offline. Nur Erde sammeln, mehr nicht. Jetzt macht er die Tür wieder auf. Harry, du nervst. Mein Gott, der ist schon wieder von der Soft-Tour zurück, der Harry. Das war es mit diesem Video, aber... Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auftrag Brücke hat begonnen, liebe Leute. Und schau mich nicht so an, lieber Harry, sonst ziehe ich deine über mit meiner bloßen Hand. Ja, während ich das aber mache, werde ich jetzt offline gehen. Gut, danke fürs Zuschauen. Ja, war ja eine kürzere Folge, aber egal. Das macht ja nichts, ne? Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, beziehungsweise hattet Freude mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten, hoffe ich. Und wer die anderen Folgen noch nicht von mir gesehen hat, die elf Teile bis jetzt, die elf Folgen nachgucken, wäre super. Danke fürs Zuschauen. Ich sage, wie immer, Game Over und Ciao, Ciao. Ciao. Vielen Dank.